Und Leute, Trimax hier. Wir sind heute auf Bonn Air. Das ist eine Insel mit den schönsten Stränden überhaupt. Hier gab es jetzt heute unglaublich viele Ausflüge, aber man kann halt jeden Tag nur einen Ausflug machen. Wir haben uns dazu entschieden, tauchen zu gehen. Ich und mein Bruder, wir waren noch nie tauchen mit Gasflaschen. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ich glaube, wir gehen bis zu 12 Meter in die Tiefe. Das hält ja auch die GoPro aus für Unterwasseraufnahmen, nehme ich das Ding auf jeden Fall mit. Anschließend wollen wir noch auf eigene Faust, aber dann haben wir nur noch zwei Stunden, bis das Schiff ablegt. Aber mit einem Wassertaxi zum richtig schönen Strandfahren. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Wir müssen jetzt mal einen schnell eincremen und dann geht es gleich los zum Tauchen. Mal gucken, wie das Ganze wird. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind zurück vom Tauchen. Es war einfach richtig geil. Ich wusste schon, dass das Spaß machen wird, aber dass das so gut wird, habe ich nicht gedacht. Man wird ja ständig darauf hingewiesen, ob man wirklich beim Ausflug mitmachen möchte. Man musste so ein dreiseitiges Gesundheitsformular ausfüllen. Dann hat man vorher noch so einen 20-minütigen Film geguckt mit allem möglichen, was schieflaufen kann oder wie man sonst irgendwas macht. Letztendlich ging dann alles von alleine. Wasser in der Brille ging schnell raus. Ist auch nicht beschlagen. Druckausgleich hat wunderbar funktioniert. Man konnte sich wirklich absolut austauchen. Konzentrieren auf das Filmen der Fische. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nach einer dreiviertel Stunde waren wir insgesamt im Wasser. Und jetzt will ich auch gleich schon die Aufnahmen zusammenschneiden und mir das selber mal angucken, wie das Ganze dann aussah. Hab ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Werde ich auf jeden Fall wieder machen. Werde ich auf jeden Fall wieder machen. In dem Urlaub gibt es jetzt nicht nochmal einen Tauchausflug. Und ich habe jetzt auch keinen Taucherschein gemacht, sondern so ein Schnuppertauchen. Aber das werde ich, denke ich, machen. Ich werde dann irgendwann meinen Taucherschein machen und dann irgendwo anders nochmal tauchen. Das war echt richtig, richtig gut. Hätte ich gar nicht mitgedacht, gar nicht mitgerechnet, dass es so genial wird. Wir wollen jetzt auch nicht mehr an den Strand gehen. War irgendwie doch anstrengend. Wir essen jetzt was, chillen dann hier ein bisschen. Jetzt nochmal mit einem Wassertaxi nochmal ganz woanders hinfahren. Ich meine, in zwei Stunden legt das Schiff, glaube ich, auch schon ab. Da will man dann nicht zu spät kommen. Ich weiß nicht, wie gut man das auf den Aufnahmen sehen kann, aber ich habe immer so etwas leicht Verschwommenes im Wasser gesehen. Und dann dachte ich, dass es irgendein größerer Fisch, der weit weg ist. Weil das Wasser war da so irgendwie so, es war so leicht milchig. Und dann sah das so aus, als wenn da in der Ferne irgendwas unscharf sein würde. Beim dritten Mal habe ich das dann erst verstanden, dass die Fische ins Wasser gemacht haben. Und dass das dann deren Ausscheidungen waren. Und nicht irgendein Fisch auf Distanz. Jetzt musste ich unter Wasser lachen, war eine witzige Sache. Auch das Lachen an sich unter Wasser war schwierig. Weil dann hat man sich veratmet oder da kam Wasser in die Brille. Da waren einige lustige Sachen dabei, wo ich und Niki lachen mussten. Es ist jetzt kurz vor vier. Und ich und ich weiß nicht, wie wir das schaffen, aber ich und Niki, wir verhauen das jedes Mal. Wir kommen immer zu Zeiten wieder, wo es kein Mittagessen verpassen wir immer. Und das Abendbrot gibt es noch nicht. Und deswegen, der Döner, der hat hier immer auf. Aber wir sind jetzt irgendwie, wir kommen immer so von den Ausflügen wieder, dass wir jeden Tag einen Döner essen. Döner mit Pommes. Das kann irgendwie auch nicht sein. Hier gibt es so viel Vielfalt, so viel leckeres Essen. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich wieder einen Döner reinhauen. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Wir gehen dann immer ein bisschen später abends essen, 21 Uhr, dann hat man auch wieder Hunger. Ja, wir kommen gerade von Kaffee und Kuchen und Döner wieder. Geile Kombination übrigens. Und eine richtig witzige Sache. Da hatte ein Zuschauer von mir, der Justin, seine Oma und Opa, glaube ich, beauftragt, mich zu finden. Und dann eine Unterschrift zu holen und ein Foto mit mir zu machen. Er hat auch bald Geburtstag. Richtig geile Aktion. Also auf dem Schiff hier sind wirklich viele alte Leute. Das muss man sagen. Wir sind vielleicht, keine Ahnung, so fünf Leute, einschließlich mir und meines Bruders zusammen. Wir haben vielleicht fünf Leute, die so zwischen 18 und 22 sind. Der Rest sind entweder 40 oder dann komplett Rentner. Und dass ich hier tatsächlich auf dem Schiff erkannt werde, nachdem ich noch ein Foto zu machen, war richtig witzig. Muss ich sagen, Justin, Hut ab. Geile Aktion. Er hat seiner Oma ein Bild von mir geschickt. Ein Screenshot vom Vlog, damit sie mich finden kann. Hat mich dann gefunden, hat sich auch gleich gefreut, war freundlich gefragt. Aber war witzig. Sehr gute Aktion.